Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 379. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute bin ich ein bisschen in Eile, denn ich bin nämlich Teil eines Wahlvorstandes. In der Nordkirche werden heute die Kirchenvorstände, die Kirchengemeinderäte neu gewählt. Und da bin ich nicht nur für das Catering zuständig als guter Pfarrmann, sondern eben auch Teil des Wahlvorstandes und muss also irgendwie nicht darauf achten, dass die Leute im Wahlverzeichnis stehen oder denen erklären, wie viele Kreuze sie machen müssen. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Auch letztes Mal war ich ein wenig in Eile. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, als ich noch mit Christoph vom ESC Schnack Burger gegessen habe. Ich hatte in Kiel zu tun, war ein ganz interessanter Abendtermin und bin danach noch bei Christoph vorbeigefahren und habe vorher bei Johns Burgers gehalten am Blücherplatz, habe da also Essen für uns geholt und dann zappzerab rüber zu Christoph. Und dann haben wir da gesessen, haben noch Fritten aus dem Airfryer genossen und bis in die Puppen geschnackt über alles Mögliche. Das war ganz, ganz großartig. Das wollte ich noch nachtragen, war so nett. Und zwischen diesem ganzen Arbeits- und Freizeitstress, den ich im Augenblick einfach habe, habe ich es tatsächlich geschafft, mir mal wieder ein bisschen Zeit abzuknapsen für die Skylines. Ich habe meine Installation wieder halbwegs am Laufen, noch nicht ganz wieder so wie früher, aber immerhin gibt es jetzt keine großen Fehlermeldungen mehr, dass irgendeine App, eine Mod so inkompatibel ist, dass das ganze Spiel abstürzt. Ich habe jetzt auch gar nicht versucht, irgendeine alte Stadt wieder ans Laufen zu kriegen. Das war mir zu blöd und habe deswegen eine neue Stadt gestartet. Die funktioniert überwiegend. Aber jetzt bin ich halt wieder an so einem Punkt, wo die Stadt eigentlich läuft und sich einigermaßen selber trägt und wo jetzt langsam der Verkehr zusammenbricht. Ich müsste jetzt also ein paar Wohngebiete verlegen oder oder umsiedeln und da habe ich wie immer Skrupel mit. Die armen Leute verlieren ihr Haus, weil ich da eine Autobahn bauen muss, damit weniger Stau gibt. Das ist furchtbar. Immer das Gleiche mit diesem Spiel. Das macht mich fertig. Das andere, was mich tatsächlich ein bisschen fertig macht, sind meine Noise-Canceling-Kopfhörer, denn da mussten mal wieder neue Ohrpolster ran. Wir erinnern uns, 289 habe ich da schon mal von erzählt. Auch diesmal haben sich diese Ohrpolster einfach abgenutzt nach ziemlich genau 26 Monaten, die ich diese Kopfhörer nahezu täglich trage, schweiß und weiß der Geier, was alles sorgt dafür, dass sich dieser ganze Kram dann irgendwann auflöst. Dann ist es halt immer so, dass dann auch irgendwo eine der Innennähte aufplatzt und das Schaumstoff so ein bisschen rausdrückt. Dann halten die auch nicht mehr so gut und das ist dann einfach, ja die Kopfhörer sind einfach wie neu, wenn man die neuen Ohrpolster dran klippt. Und das ist tatsächlich relativ einfach. Erstmal ist es fantastisch, dass es dafür Ersatzteile gibt, dass ich nicht wegen so einem kleinen Kram neue Kopfhörer kaufen muss. Also alle zwei Jahre ungefähr 35 Euro plus Versand rechnen, um diese Kopfhörer weiter benutzen zu können, denn die sind eigentlich noch top in Ordnung. Da gibt es einfach mal nichts. Aber langsam stelle ich Abnutzungserscheinungen fest, denn diese Ersatzteile lassen sich nicht mehr so zuverlässig befestigen und ich befürchte fast ein bisschen, das könnte die zumindest vorletzte Austauschaktion gewesen sein. Wäre schade, wenn es jetzt daran scheitern würde, dass ich die nicht weiter benutzen kann in zwei Jahren, dass ich dann neue brauche. Aber wollen wir ehrlich sein, dann haben die eigentlich auch ihren Dienst soweit erfüllt. Die waren schon gebraucht, als ich sie geschenkt bekommen habe. Also die haben wirklich den Preis pro Benutzung mehr als reingespielt. Insofern wäre das dann auch langsam mal okay. Aber andererseits, die funktionieren ja noch. Warum soll ich die dann wegschmeißen müssen, nur weil es irgendein Nupsi nicht mehr tut? Und ja, es war jetzt ein bisschen schwieriger, die Polster auszutauschen als beim letzten Mal. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die zumindest durchhalten. Heute Vormittag haben wir noch Abby zum Bahnhof gefahren. Also ich, die war nämlich zum Thanksgiving-Essen bei uns. Das war sehr großartig, erst mal sie mal wieder gesehen zu haben und dann natürlich auch zusammen essen und zusammen kochen. Und das war einfach schön. Es gab irgendwie so ein Kohl-in-Käsesoße-Ding mit geröstetem Baguette obendrauf. Arginia hat selbstgemachte Pasta dazu beigesteuert mit Tomatensauce. Es gab noch Pumpkin Pie. Ich habe noch einen veganen Schokopudding gemacht à la Binary Kitchen und es ist wahnsinnig viel übrig geblieben. Hervorragend. Wir können noch zwei Tage Reste essen. Das ist fantastisch. Ich habe Bock. Es gibt auch ein Positivbeispiel bei der Verwaltungsdigitalisierung hier in Husum. Die Stadt Husum hat nämlich einen Störungsmelder für Straßenlaternen. Wenn also eine Straßenlaterne kaputt ist, kann man das online melden und dann rückt eine Wartungsfirma aus, die den Schaden behebt. Und neulich waren wir abends einkaufen und ich habe mehrere kaputte Straßenlaternen bemerkt. Also habe ich noch am gleichen Abend den Störungsmelder auf der Seite der Stadt bemüht und diesen Defekt gemeldet. Das funktioniert ganz einfach über eine USM-Karte. Da kann man die Straße auswählen, sieht dann die Straßenlaternen, die in dieser Straße stehen. Man kann die anklicken, die man melden möchte, füllt ein Formular aus mit einer Fehlermeldung. Und das einzige Pflichtfeld, was man ausfüllen muss, ist Name und E-Mail-Adresse. Alle weiteren Angaben wie Wohnort oder Telefonnummer sind da freiwillig. Es gibt auch keine weitere Identifikation, ist da vorgesehen über den e-Perso oder sonst irgendwas. Ist alles nicht notwendig und das finde ich total schlau gelöst. Letztlich ist das einfach ein Formular, das die Koordinaten oder die Nummer der Ampel per Mail irgendwo hinschickt. Und das ist natürlich total schlau. Dafür musste man früher im Rathaus anrufen, wenn einen das denn so doll gestört hat. Und ich glaube, es ist jetzt dadurch ein bisschen niedrigschwelliger. Ich habe noch nie vorher irgendwo eine kaputte Straßenlaterne gemeldet, weil es mir zu aufwendig war. Und hier wusste ich nun zufällig, es gibt eine Möglichkeit, das online zu tun. Fand ich fantastisch. Und wenn man sehr genau hinhört, dann hört man im Hintergrund die Kirchenglocken. Das heißt, jetzt geht gleich die Wahl des neuen Kirchengemeinderates los. Und ich muss flitzen, dass ich mich daran beteiligen kann. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Johann Schaas für einen Podcast. Alles Gute. Und ich bin der Meinung, dass ich mich daran beteiligt habe. Und ich bin der Meinung, dass ich mich daran beteiligen kann.